Hallo! Herzlich Willkommen vom Boden auf die anderen Channels und bei mir in der Luft. Ich weiß nicht genau, ihr seid alle im Feuerwehrwagen. Ja, da bret mir doch der Schlauch. Ähm, was? Da sitzt du so im Feuerwehrwagen gerade. Ja. Sie schauen mir das ganze Spektakel von drinnen an, wo Heidi hier fährt und rumgeschleudert wird mit den Alchemisten, dem Tobi. Alle wieder da. Tralala. Wo fliegt denn der 616 jetzt wieder hin? Ich dachte, ich kann jetzt mal ein bisschen Feuerwehrauto gucken, aber jetzt hat er wieder eigene Pläne. Boi. Sarazar, mach doch mal was hier. Baller mal raus. Hast du noch Haftbogen? Nö. Oder hab ich keinen Bock drauf. Ne, da will ich es nicht, ey. Nimm mal ne Abkürzung. Oh oh. Ich habe das Gefühl, da fliegen ja gerade... Tatü, tata, die Uschi ist mit der Muschi da. Da seid ihr ja. Wir beobachten euch, helfen euch. Ja, hier bei Alarm für Kuppel Elf. Tobi, du bist auch drin, ne? Ich bin hier mit Hedi, ja. Ja, ich seh dich. Cool, du bist ja so schön breitbeinig. Ja, ein bisschen Luft. Riecht schon nach Fisch, ne? Ein bisschen Frischluft untenrum, das reicht. Ein bisschen Fisch. How much is the Fisch? Auf für die Uchi-Line. Dann kommt Jesus von ganz allein. Ja, der war doch immer mit der Fischmann. Sag, das war hier eine Challenge für dich. Nimm eine Haftbombe und schmeiß den Polizeiwagen hinter uns. Ich kann von dir gar nichts leider werfen. Wow! Alter, wie Hammer. Super, Alter. Geilte Mist da, hier. Benni? Was? Tatü-tata, ich muss löschen. Benni, was hast du gemacht? Ey, ich hab gar nichts gemacht. Da stand die Alchemisten. Aber. Ich muss dich jetzt leider töten für die nächsten zehn Jahre. Ja, okay. Guck mal, wie ich das einfach nicht löschen kann. Aber ich hab nichts gemacht. Komisch. Der Benni. Der sitzt doch neben uns. Kann doch gar nicht sein. Oh, das ist die schöne Feuerwehr-Auto. Wir kommen nicht rein, die sind ausgesperrt. Tatü-tata. Zu spät. Geht! Wir kommen ja hier nicht mal in den Zaun wieder, ne? Wo seid ihr denn? Ich hole euch. Wir haben hinten zwei Plätzchen frei. Du musst einfach mal durch den Zaun brechen hier. Okay. Warte, ich kotze. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da! Okay, wir sind durchgebrochen. Tobi. Woap. Entschuldigung, Tobi. Wohohoho? Wie der Tobi weggeballerte. Komm, hinten drauf. Gronkh, hinten drauf. Ja, ich laufe, ich laufe. Ich bin drauf. Bin drauf. Bin drauf. Ops. Scheiße. Ich bin auch tot. Wie denn das passiert? Wo ist der Gronkh? Hä? Alter, ich hab vier Sterne. Einfach mal, aber lebe noch. Ich hab vier Sterne. wir wollten noch fünf erreichen kommt rein hier dazu muss man jetzt klauen glaube ich wo ich komme da gar nicht durch ganz schlecht wurde mich gespawnt hat nicht so eine coole nummer du blöder polizist ich bin da wenn du stehen bleibt kann ich einspringen also der hinten drauf steht der tut mir leid das ist der benny schau einfach mal hier ab ich kann ihn auch noch einen kann auch ihn drauf schnell weiter geht und los scheiße wir muss ein kollege verloren ich finde den feuerwehrwagen ist mit abstand mein absolutes lieblingsfahrzeug geworden ja wir wollen ja auch immer feuerwehrmann werden das finde ich eigentlich schon ich bin noch feuerwehrmann wirklich aber ich meine nein supergelenkt der supergelenk sehr souverän gutes körper alter okay der polizei wagen da hinten hat sich schon wieder erwischt soll ich versuche mal dahinten im felsen hochzufahren wir schaffen das Nein! Scheiße, Scheiße! Nein! Ah, ich brems! Warte, warte, warte! Oh, ich hab ihn noch, ich hab ihn noch, ich hab ihn noch! Nein, er ist Schrott! Ich bleib trotzdem drin. Ich auch. Ein Kapitän geht mit seinem Schiff unter. Mal gucken, ob ich den Heli noch runterkreise. Ich steige aus. Ach was! Pam! Ich bin erschossen worden. Heidel traut! Beweismittel zerstören. Ich zerstöre gleich mal dein Gesicht. Das gibt's ja nicht. Ich bin auch tot. Tobias, hast du damit zu tun? Ich hab nichts gemacht. Walle! Walle, wir nehmen Blutdrache, ne? Weißt du? Ja, wollte ich gerade sagen. Einen hab ich noch bei dir gut gehabt. Der Gronkh darf sich jetzt einen richtig legendären Tod für mich ausdenken. Ähm, bei mir ist gerade ein Helikopter um meine Ohren geflogen, aber okay. Wo ist denn der Gronkh? Da hinten. Ich denke mir noch was aus. Es wird ich nicht sofort treffen. Boah ey, jetzt muss ich ja jeden Moment... Jeden Moment mit der... Boah, Alter, was ist denn hier los? Oh, Alter, krass. Curry. Wir gedenken leider. Ich hab vier Sterne gerade. Wie viele habt ihr denn? Gar keinen zum Glück, ausnahmsweise mal. Wo ist der Tobi denn? Aber dafür, dafür wollte ich immer einen Stern haben. Einen Karneval. Komm ey, ich prügel dir einen. Hast du. Dass ich nur eine Sterne sehe, meinst du? Ey, meine schöne Sonnenbrille. Das war eine echte Ray-Bam. Du kleine Bitch, ey. Du kleine Bitch. Ich... Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was hier gerade passiert. Ich auch nicht. Knie nieder, ja? Knie nieder. Was ist hier los? Alter, nein. Aua. Aua, wer hat mir in den Arsch getreten? Das war der Heidentraut. Ey, mit dem Hammer. Aua, die Currywurst hat mich mit dem Hammer erschlagen. Ey, du hast mich zusammengedritten. Ey, voll auf die Schnurze. Currywurst dreht ab. Currywurst dreht ab. Ja? Ja, er dreht ab. Ich gehe. Ey, cool war mal. Ich habe gefunden, cool. Ich gehe. Was haltet ihr denn von, wenn wir mal wieder eine Mission machen? Oder ein Rennen fahren. Ja, ein Rennen. Tobi. Tobi, hast du ein Rennen am Start? Ich musste die Waffe mal probieren. Tobi, hast du ein Rennen am Start? Es gibt Cheesestände mal. Tobi, hast du ein Rennen am Start? Ähm, nee. Wieso? Der Helikopter ist gerade einfach ins Wasser geflogen und explodiert. Wer fliegt? Was ist fliegen da oben die ganze Zeit? Warte mal. Ich hatte noch nie einen Karabiner. Außer beim Klettern. Gott. Boah, Sasche sag ich schon. Sasche. Weil der war wirklich, ähm. Ne? Hast du was gegen meine Witze? Ne. Pfff. Ihr sind super. Hast du was gegen meine Witze? Nein, nein. Es tut mir leid. Äh. Alter. Ey, was macht ihr denn hier? Ey, ich habe gleich kein Geld mehr für Mission. Ich bin voll... Ich bin voll... Ja, lass mal eine machen. Ey, der hat was gegen meine Witze gesagt. Weißt du, der ist so Witzbuch, ey. Wichs? Warte mal. Ich habe meine... Oh. Können wir was echt im Rage-Mode haben? Aber echt? Na gut, ich höre jetzt auf euch zu töten. Es tut mir leid. Ich hatte aber eh noch einen gut bei dir, Heidi. Tobi, mach doch mal mit. Heidi kommt da, guck nicht wieder zurück. Voll trocken so. Also sollen wir jetzt hier die ganze Folge rumeiern? Ne, ich würde ja gerne ein Rennen machen. Das ist eine gute Frage. Warte mal. Ich guck mal, ob ich eine Mission habe. Ne. Sehr gut. Mit zwei Spielern kann ich nur anbieten. Das ist ja auch nicht so toll. Ich habe vielleicht eine Mission. Ich guck mal auf meine Jobliste. Und ja, ich habe einige. Allerdings alle nur bis zu vier Spieler. Tobi... Tobi... Tobi singen. Ne, Tobi, lass doch mal ein Rennen... Gib's dir nicht immer den Rennen? Versuch mal einen Rennen rein zu joinen. Landrennen oder sowas. Oh, Gary. Warte mal, hier vorne ist eins, Leute. Hier ist ein Seeren. Das ist doch cool. Um die Wette sehen oder was? Egal. Ich hab's gesehen. Hier ist ein Seeren. Komm mit. Du musst ja immer noch drei Sterne loswerden. Scheiße. Ach, da kommt wieder ein Heli. Da kann man gucken. Mit dem zweiten sieht man besser. Ich gehe jetzt zum Seeren. Ne, wenn ihr nicht mit mir reden wollt. Ich komme mit dir, Heidi. Du hast doch bestimmt wieder deine Shotgun ausgepackt. Ja. Du musst eh als einziger reinschauen. Wenn ich Heidi sehe, habe ich meine Shotgun nicht. Ich bin immer ausgepackt. Alter. Boah, Moment. Ich wurde überfallen. Achso, das kann man übrigens doppelt aufgeben. Alter, ich wurde gerade überfallen. Alter, der hat einen Räuber auf dich angesetzt. Wer denn? Was denn? Warte mal. Wer hat einen Räuber auf Heidi angesetzt? Tatsache, 78 Dollar. Ja. Der Räuber, der Heideltraut für Rechi überfallen sollte, wurde erledigt. Rechi! Da ist ja nicht alle so geil den Hügel runter. Ich? Aber das ist der Tobi. Achso. Super. Alter, warum gehen wir jetzt beruhigt gerade? Aber ich schreie jetzt auch nicht so. Ja, was machen wir denn eigentlich? Wir haben ganz ehrlich... Ich renne die ganze Zeit zu der Mission hier. Wir machen hier voll die... Heute Bergsteigen. Let's play Bergsteigen bei GTA Online. So, ich bin jetzt... Sieht schon ein bisschen bescheuert aus, wenn man hier runterläuft, ne? Ja, wieder rennen, ne? 6-16 Spiele? Jaaaa! Ja, da verliere ich wieder. Wieso starten wir die Mission eigentlich nicht übers Menü? Komm, wir machen... Hm? Hört doch mal zu! Blümmer! Warum starten wir die Mission nicht direkt übers Menü? Da kann man die Jobs doch direkt auswählen. Nehmen wir mal die Nummer vom 6-16. Ja, hab ich auch gemacht. Ich bin am Start. Ah, warte mal. Wo ist er hier? Ah, ich soll mich also der Crew die Trixer anschließen? Ah, ist ja ein Geschenk. Ja, wollte ich auch gerade eine Einladung bekommen. Küstenspaar. Ja, freue ich mich auch sehr. Vielen Dank. Küstenspaar in Vespucci! Das wird Spaß machen! Das wird Spaß machen! Ich wär jetzt sowas von Hosen mal wieder. Ich sag's nur schonmal. Das ist einer von den neuen Deathmatch-Maps. Das ist... Ach du... Level 130. Ich bin raus. Oh ne. Ich hab gar keine Einladung bekommen. Wieso nicht? Der Let's Play Onkel für mich. Du hast bestimmt eine bekommen und noch nicht gesehen. Auf dem Handy, mein Guter. Ich hab keine bekommen. Ne, ist schon voll. Ne, ich hab auch keine Einladung bekommen. Geil. Finde ich ja super. Aber einer hat's verlassen. Einer hat's verlassen. Jetzt kannst du eigentlich rein... Nein, schon spät. Ja, aber ich hab keine Einladung. Was soll ich da? Ich kann gleich noch nicht einladen. Der muss dir doch eine gegeben haben. Der hat doch jedem eine geschickt. Hier kam keine an. Ich schwöre. Guck mal bei Jobs. Jobs? Jobs! Wollen wir rausgehen oder was? Heißt das Geschäftsschädigung oder was? Ne, Küstenspaar in Vespucci. Ne, hab ich nicht. Ich hab Geralt, Simon und Lamar. Mehr hab ich nicht. Was? Und hier ist noch Pandoria, die ja rumeiert durch den Bus. Okay, dann gehen wir raus oder was, ne? Aber wenn wir jetzt rausgehen... Warte, 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 warte. Werden wir dann nicht alle verteilt? Ist egal. Ne, ne, ne. Also ich bin hier mit... Ach, hier sind wir doch. Hallo. Ja, alle, alle am Start. Alle am Start. Ich glaub, wenn man jetzt noch rausgeht, geht das. Oh, geil. Warte mal, können wir doch nochmal das Rennen hier selber machen? Ja, genau. Also einer braucht das ja eh nur machen. Soll ich euch einladen? Ihr müsst das machen. Soll ich euch einladen? Ja. Ja, dann machen wir das. Das kann ich machen hier, das Rennen. Kann ich starten. Ne, ne, ne. Ich bin jetzt aber bei dem Team Deathmatch. Was denn jetzt? Okay, dann machen wir Team Deathmatch von mir aus. Team Deathmatch oder normal? Ja, mach einfach. Team Deathmatch, das für Taube. Ich glaube, und du kannst... Wir haben die Witze nicht gehört. So, meine Crewmitglieder... Ich hab euch jetzt eingeladen. Die haben die Witze ja nicht gehört. Habt ihr eine Nachricht bekommen? So, warte. Boah. Boah, ey, da war mal Nicolaouda Witze ja gar nix gegen. Ich kann aber einen solchen Humor einfach nicht lachen. Natürlich kannst du das. Du bist der erste, der war lacht. Der hat sich grad gemutet, weißt du? Ja. Oh, bei mir läuft grad voll die Pornomusik. Das ist ja toll. Hast du deine Hose? Die Emma singt gerade. PCDI? Wer ist das denn? Silver Ace? Silver Ace? Silver Ace? Warte, das sind voll die kleinen Pötze. Doch. Pandoria. Du hast heimlich gelevelt. Nee. Doch. Vielleicht zwei Level. Ja, siehste, jetzt kommt alles raus. Du warst am Schießstand und so. Nee, eigentlich hab ich... Nein, ich hab Überlebenskampf gemacht. Ja, ja, heimlich. Hab ich einen sehr coolen gefunden. Als ich dich nämlich nicht erreicht hab, komm wir nehmen auf, alle waren auf Gronkh. Das war doch nicht gestern, Alter. Das ist schon ein paar Tage her, du Eumel. Du Eumel. Nee, komm, spielst du nicht jetzt einfach so, weil wär ja unfair dem Gronkh gegenüber, weißt du? Ach, Quatsch, ungefähr mir gegenüber. Da brauchst du ja keine Geschlechtes Gewissen an. Guck dir mal den Tobi an, Alter. Da siehst du, was ein schlechtes Gewissen ist. Boah. Ey, ich sprit's mal jemand aus. Ich level 3000. Also, ich bin ready, Kinder. Ready for take off. So, wer ist denn bei uns im Team? Der Sarraza, der Gronkh, der Tobi und noch jemand. Ich weiß nicht, wer es ist. Alle drys zusammen. Komisch. Alle drys zusammen. Oh, ich hab schon ne Haftbombe zum Start in der Hand. Das ist ja richtig gut. Kann man sich hier überhaupt verstecken? Das geht doch gar nicht, oder? Das ist lustig. Ist es lustig? Tralalala. Boah, jetzt ne Snipe wär super. Kann ich nicht mal nehmen. Erst ab Level 20, ne? War das doch, oder so. Ich will erstmal die Rüstung hier haben. Ich hab ne Sniper. Wo kann man sich denn überhaupt verstecken? Hier so, ne? Hier gibt's auf jeden Fall bessere Waffen. Die brauche ich auf jeden Fall. Sonst verkacke ich hier gnadenlos. Ach, das war Playmassive. Ich wollte grad schon... Ich hab nen Sniper. Oh geil, hier gibt's so nen coolen Campingbus gibt's hier. Alter, ist der neue Tobi, dieser Campingbus? Egal. Ich glaube schon, ja. Da ist ein Sniper hinten. Hinten rechts. Oh, let's play. Irgendwann hat er das Spiel verlassen? Gott sei Dank. Der ist 160 oder so. Ja, ich weiß. Der schießt auch immer wie auf 160. Scheiße, hier ist der Tobak. Fuck, ich bin beinahe tot. Ich geh mal n bisschen weiter vor, dann kannst du dich da hin setzen. Warte, warte, ich bin jetzt auf der anderen Seite. Alter. Du hast Silver Haze ausgeschaltet. Oh, die Currywurst hat mich mit nem Sniper händischt. Nein, Currywurst mich auch. Currywurst hat so nen Zupfing auf Sniper. Alter, der hängt da hinten. Der hängt da hinten! Der hängt da hinten! Der hängt da hinten! Nein! Boah, Alter, das geht so weiter. Du musst echt an deinem Stil arbeiten, Dennis. Alter. Du weißt ja gar nicht, was ich meine. Aua! Ich hab... Aber, ey, der Tauschstimmwitz, der war aber schlimmer. Alchemisten, das gibt's doch nicht. Das war aber Glück. Nein, eigentlich nicht. Ich bin im Kreis gelaufen, also so ausgewichen. Alter, das gibt's doch nicht. Die Currywurst, wie geht der denn ab? Der Currywurst ist ein Wahnsinn. Der sitzt da oben auf dem Dach, ne? Ja, ja. Das ist das Problem. Der kennt die Map bestimmt auch schon komplett. Der kennt die auch wie meine Westentasche. Nein! Alter, ich hab grad so viel in Reshi reingepumpt und ich krieg sie nicht runter. Das gibt's doch nicht. Das ist echt scheiße, wenn man niedrig Level ist und hier nur die komische Klammer hat. Wie, du hast doch schießen voll weit geskillt. Das hilft ja nicht. Oh, Alter! Scheiße! Manel, das ist krass. Alter, das gibt's doch gar nicht. Nee. Oh, Currywurst, ey. Das Schlimme ist, wir müssen auch immer hinrennen, die sitzen da schon, ne? Boah, da Gegner 16, Gegner 16 und die... Ja, das stimmt, Tobi, da hast du recht. Das ist ein bisschen blöd, muss ich sagen, aber ich hab einen. Ja, da bleib ich jetzt auch hier hinten einfach. Scheiß doch. Die Alchemisten haben dich zusammengeschossen. Alter, Currywurst-Sniper hat mich... Ich bin schon dreimal abgekackt und hab noch keinen einzigen bekommen. Ja, ich hab nur einen bekommen jetzt. Vor allem... Wir müssen uns mal aufteilen. Wir müssen uns mal ein bisschen aufteilen, irgendwie. Ja, wir müssen uns mal ein bisschen zusammenraufen, vielleicht. Na, wer rennt denn da? Bleib stehen! Alter, ich krieg so viele Kugeln rein. Da bin ich schon tot, bevor ich überhaupt irgendwo ankomme. Boah. Und meine Reichweite ist eine Katastrophe. Ja. Oh, 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 oh. Genau, das ist es. Wenn du nicht näher dran bist. Ja, ich kann halt nur nah dran, weil sonst treff ich gar keinen. Nein, jetzt schieß doch mal! Oh, was? Alter, Currywurst! Der Currywurst hat mir halt in die Schnauze gehauen, wie krass. Ich dachte gerade, da liegt einer auf der Lauer, aber einer von uns. Mann. Übelstens Fail-Gameplay, einfach nur. Niederlagenserie. Alter, ganz ehrlich. Der Currywurst dreht ab. Der dreht ab, der Currywurst. Vollkommen wahnsinnig, der Typ. Das war das Silverhaze. Warte mal. Eises! Boah, Tobi! Guter Spot da hinten am Roten, ne? Ja, ist ganz gut. Wieso treffe ich die denn nicht? Geil, einfach keinen einzigen gekillt. Boah, ich bin auch super mies. Und fünfmal getötet worden. Alter, ich bin ein Trauerspiel diesmal. Gibt es denn Geld dafür, wenigstens? Ja. Ja, zwei Euro. Ey, gut. Ne, das sollten wir nochmal machen. Ja, Wiederholung, oder? Mano. Ja, auch wenn ich unheimlich erfolgreich war, fand ich es eigentlich ganz... Also Currywurst ist einfach eine Trumpfkarte, muss man sagen, Alter. Ich schäme mich. Vier Gegenkills, null Kills. Ich schäme... Rückgedrückt kurz, weil ich aus Versehen was gewählt habe. Oh, Mann. Ja, das ist aber beenden, weißt du, ne? Vielleicht können wir dich noch einladen. Ja. Ich lade den Sareza-Nummer ein. Na gut, dann lade ich mal allen. Ja. 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 Ich krasse aus. Ups. Wird geladen. Die Leute am Strand rennen hier gerade alle weg. Ich habe nur in die Luft geschossen und alle rennen sie weg am Strand. Man kann ja mal gerade bei dem Ladebildschirm fragen, was für eine Konsole habt ihr euch bestellt, gekauft? Die neuen Konsolen kann man ja mal erwähnen. Beide. Welche findest du gut? Gibt es eine besonders, was dir irgendwo was gefällt? Super Nintendo, feier ich. Ne, weiß ich nicht, hab ja noch nicht gespielt. Wenn ich die alle in der Hand, dann werden wir ja schon gespielt, aber jetzt nicht. Hey, Dawid ist der Host, Alter, mit Level 130. Aber ich komme wahrscheinlich nicht mehr rein, ne? Ne, das ist das Problem, ja. Ist doch sehr, sehr voll. Ey, meinst du, ist schon da rum jetzt? Ja, ja, ich glaube schon. Boah, wie schnell das immer geht mit der Zeit, wenn man Spaß hat, ich sag's ja. Aber gut, beim Deathmatch haben wir auch nicht viel an der Präsentation verloren. Also gehen wir raus, hör'n. Müssen wir, Alter. Hier sind ja... Ja, okay. Ich wette, das Deathmatch-Spiel wird jetzt extrem leer. Ey, ich bin hier bei den Baywatch-Girls. Hey. Das ist ja süß. Das ist ein Jorenstift oder was. Die sind doch schon alle 100 Jahre alt jetzt. Hey, hier sind richtige Baywatch-Girls. Die probiert hier wegzukommen. Baywatch liefen in den 80ern. Du weißt, wie alt die sind, ne? Also in den 90ern. Das sind neue Baywatch-Girls. Achso. Die, die wir in Las Vegas getroffen haben. Die Enkelinnen quasi. Ladevorgang. Ladevorgang. Oh, du bist so schön. Ladevorgang. Ladevorgang. Ich jage gerade ein Baywatch-Girl. Baywatch-Girl. Butschikabau. Backechakabau. Was? Bitte was? Baywatch-Baby. Nur mit dir. Ach, die Wolken sind so schön, ne? Da möchte man einfach drauf rumhüpfen. Ja, geilen Baywatch-Girls. Ich glaube, der Weiler will auch auf irgendwas rumhüpfen. So wird er die alte verfolgen. Ja. Ey, warum bin ich in meinem Apartment? Ja, ich auch. Wurde es nicht weg. Wahrscheinlich ist es auch noch in einer anderen Lobby. Das wird es wahrscheinlich jetzt sein. Das wäre natürlich spitzmäßig. Yeah, wir sind alle verteilt. Da können wir doch mal die Folge mit beenden. Verspiel! In der nächsten Folge spielen wir hoffentlich wieder zusammen. Oder wir machen bloß in der nächsten Folge machen wir einen Singleplayer. Jeder für sich und alle reden durcheinander, was bei ihm da passiert. Ja, das finde ich super. Sehr super. Das ist voll gut, auf jeden Fall. Machen wir. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.